Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kickoff zur nächsten Kaderanalyse und heute schauen wir auf die kommende Startformation von Dynamo Dresden. Bei Dresden ist ja im letzten Jahr einiges passiert. Es gab den Trainerwechsel hin zu Capretti, am Ende konnte auch er den Abstieg nicht verändern und damit ist man nun wieder Drittligist. Den Neuaufbau leitet erneut Manager Ralf Becker. Er hat mit Markus Anfang einen Trainer ins Boot geholt, den er auf jeden Fall kennt, die beide bei Holstein Kiel eine richtig gute Zeit hatten und natürlich das auch gerne bei Dynamo Dresden wiederholen möchten. Meiner Meinung nach kann das auch gelingen, dafür braucht es natürlich auch den genau passenden Kader, denn Markus Anfang hat eine klare Fußballidee, Ballbesitzfußball, klare Viererkette, aber eben auch klare Flügelspieler und genau das muss natürlich auch der Kader hergeben. Genau darauf gucken wir heute, wie man Stand jetzt bei Dynamo Dresden die erste Elf benennen würde, aber gehen auch den Schritt weiter, um zu analysieren, wo es noch Baustellen gibt, um ihm auch wirklich in einem guten Jahr wieder ein Zweitligist zu sein. Legen wir somit erstmal los mit der Systemfrage. So wie ich es gerade beschrieben habe, stehen damit zwei Systeme so wirklich zur Auswahl. Einmal das 4-2-3-1 und das 4-3-3. Am Ende sind das dann nur Kleinigkeiten, die man da verändert, deswegen malen wir hier mal, wie ihr es auch schon am Schatten sehen könnt, die erste Elf im 4-3-3-System auf. Im Tor gibt es ja zwei neue Keeper und wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich mich für Stefan Drill-Jaka entschieden. Ablösefrei von der zweiten Mannschaft des BVB gekommen, dort eben auch Drittliga letztes Jahr gespielt und er war dort der Stammkeeper, zu dem auch ein bisschen Provi-Luft schnuppern können, wenn er eben auch im Training bei der ersten Mannschaft mit dabei war. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall ein guter Keeper, den man als Nachfolger für Kevin Boll geholt hat und meine potenzielle Nummer 1. In der Viererkette wird sich ja erstmal, vor allem in der Spitze, nicht wirklich viel ändern. Wenn er wieder fit ist, fällt meine Wahl rechts hinten auf jeden Fall auf Michael Akoto. Ich habe jetzt keine genauen Infos, inwiefern die Fußverletzung ihn noch lange außer Gefecht setzen wird. Natürlich ist hier Robin Becker die Alternative, da gab es ja bis dahin noch keine Transferbewegung, aber ansonsten halte ich Akoto für einen wirklich sehr, sehr guten Drittliga-Spieler. Hat mir auch zu Beginn der vergangenen Zweitliga-Saison sehr, sehr gut gefallen. Hat dann, ähnlich vielleicht auch wie Maurice Schröter, so ein bisschen das Problem, dass die Leistung nicht nochmal abrufen konnte von Beginn an und deswegen ist es so ein bisschen in ein Formloch reingeraten, plus dann noch die Verletzung. Aber ich glaube schon, dass er für Dynamo Dresden ein wichtiger Bestandteil sein kann in der dritten Liga. In der Innenverteidigung gab es ja dann doch noch die Vertragsverlängerung mit Kevin Ehlers, der für mich auch ein potenzieller Stammspieler ist. Generell hat man ja auch gerade mal drei Innenverteidiger im Kader, was sicherlich noch zu wenig ist. Kevin Ehlers ist einer davon und ich glaube, dass seine Entwicklung ein Jahr dritte Liga auch wirklich gut tut. Natürlich gab es auch Gerüchte, dass er eben Dynamo Dresden verlässt. Er wurde ja auch schon offiziell verabschiedet, aber ähnlich wie bei Flachodimos mit dem Nebensatz, dass das noch nicht endgültig sein muss. Und deswegen kann man sich, glaube ich, schon darüber freuen, dass das Talent an Bord bleibt. Trotzdem muss auch er jetzt selber anfangen, es recht zu liefern, weil vom Talentstatus selber kann er sich nichts kaufen. Das hat er, glaube ich, in den letzten Jahren gemerkt. Ich glaube aber, wie gesagt, dass eine Liga drunter eben auch für seine Entwicklung ganz gut sein kann. Und ich sehe ihn schon auch als potenziellen Stammspieler. Daneben gibt es dann auf jeden Fall eine Konstante und das ist natürlich der Kapitän Tim Knipping. Hat für mich auch eine gute Zweitligasaison gespielt. Hätte auch durchaus aufgrund seiner Qualitäten zugetraut, dass er in der zweiten Liga bei einem anderen Verein bleibt. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Somit hat man hier auf jeden Fall einen richtig guten Innenverteidiger für die dritte Liga. Und Tim Knipping wird auf jeden Fall eine Schlüsselrolle einnehmen. Und wenn man eben dann auf Knipping und Ehlers setzt, kann sich, glaube ich, das auch sehr, sehr gut ergänzen. Mit Claudio Kammerknecht hat man ja ähnlich wie mit Ehlers einen weiteren jungen Spieler hier noch zur Verfügung. Auf der linken Seite freue ich mich sehr, dass Jonathan Meyer zurück ist. Er war ja schon vor einem guten Jahr bei Dynamo Dresden. Da hat er eben auch in der dritten Liga als linker Schienenspieler vor allen Dingen auch richtig gut funktioniert. Danach gab es leider keine Einigung. Er ging zu Hansa Rostock auf Leierbasis von Mainz 05 und da hat er nicht funktioniert. Deswegen freue ich mich irgendwie, dass er wieder da ist. Dass er wieder Dresdens linke Seite beackern kann. Weil meiner Meinung nach ist er hier auf jeden Fall eine klare Verstärkung. Und deswegen hat man hier auf jeden Fall dann schon mal einen richtig guten Mann. Und ich finde, die Viererkette plus Keeper macht auf jeden Fall schon mal einen super Eindruck. Blicken wir auf zentrale Mittelfeld, wo es ja bislang noch keine Veränderungen gab. Also außer natürlich Abgänge, aber in Sachen Neuzugängen ist da auf jeden Fall noch nicht wirklich viel passiert. Außer natürlich die Leihrückkehrer Max Kulke sowie Jong-Min Seo. Ansonsten haben wir natürlich hier auf jeden Fall auf der 6er Position Yannick Stark. Und den habe ich jetzt hier auch erstmal als Stammspieler hingepackt. Ein sehr erfahrener Mann, der die zweite Bundesliga in- und auswendig kennt, aber auch die dritte Liga kennt. Für mich auf jeden Fall ein wichtiger Baustein im Kampf um den Wiederaufstieg. Dazu gehört aber für mich auf jeden Fall auch Julius Kade. Ich mag ihn sehr als Spielertypen. Hat ja auch bei Dynamo damals in der dritten Liga als Leihbasis sehr, sehr gut funktioniert. Im letzten Sommer gab es einen festen Transfer. Und ich glaube, auch er ist dann ein wirklicher Unterschiedsspieler für eine drittliga Mannschaft. Und das kann auf jeden Fall passen. Der dritte Mann im zentralen Mittelfeld ist dann für mich Paul Will. Sieht jetzt vielleicht erstmal ein Ticken offensiv aus, die Positionen, die er einnimmt. Er ist ja eigentlich Sechser, aber deswegen halt auch hier nochmal die wichtige Info. Ob du jetzt hier mit dem 4-2-3 einspielst und mit dem 4-3-3 ist halt alles eine Makulatur. Am Ende würde dann hier Kade natürlich der offensivere Achter sein. Will der defensivere, der sich vielleicht sogar mal neben stark fallen lässt. Deswegen nicht zu sehr darauf festnageln. Aber diese drei sind für mich im Mittelfeld auf jeden Fall gesetzt. Dazu gehört für mich aber auch Oliver Batista Meier. Ich mag ihn sehr. Als Spielertyp kam er im Winter und hat sich gut entwickelt. Hat immer wieder auch gute Szenen gehabt. Auch er kann von der dritten Liga auf jeden Fall in seiner Entwicklung profitieren. Da halt wirklich endgültig ein wichtiger Spieler zu werden. Ist für mich eine Alternative für das Zentrum, aber eben auch für die Flügelposition. Und weil man ja spätestens seit der Werder Bremen Vorbereitung weiß, dass Markus Anfang, auch wenn es keine Flügelspiele im Kader gibt, auf solche setzt, ist er hier auf jeden Fall ein passender Kandidat. Auf der linken Seite gibt es jemanden, der ähnlich wie Kevin Ehlers seinen Vertrag dann doch noch verlängert hat. Und das ist Panagiotis Flachodimos. 30 Jahre alt, er ist ein sehr, sehr erfahrener Mann, kennt natürlich auch Dynamo seit Jahren und ist sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit für den linken Flügel. Auch wenn er in der zweiten Liga nicht so überzeugen konnte, wie man es sich vielleicht erhofft hat, ist er auf jeden Fall für die dritten Liga ein sehr, sehr guter Spieler und kann da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Bleibt noch das Sturmzentrum und da hat man ja mit Stefan Kutschke nachgelegt. Ein sehr, sehr erfahrener Stürmer, ehemaliger Dresdner, der jetzt zurückgekehrt ist von Ingolstadt, der sicherlich in der dritten Liga noch seine Buden machen wird. Und somit wäre das jetzt mal die potenzielle erste Elf von Dynamo Dresden. Stand heute, wo ich das Video aufnehme, sind Königsdörfer und Dafner noch unter Vertrag. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass beide verkauft werden. Die Frage ist halt dann nur, wann? Möglicherweise sind sie jetzt schon weg, wenn ihr das Video seht. Wenn sie noch da sein sollten, habe ich sie aber trotzdem ganz bewusst nicht eingeplant, um einfach eine realistische erste Elf Stand jetzt zu sehen. Und das ist sie am Ende geworden. Und meiner Meinung nach sieht das schon wirklich sehr, sehr ausgewogen aus. Eine gewisse Mischung aus Erfahrung, aber eben auch Talent zwischen Qualität und natürlich aber auch Spielern, die noch das Potenzial haben, sich zu Qualitätsspielern zu entwickeln. Und da kann auf jeden Fall was möglich sein. Wenn man aber darauf blickt, wie dann auch mal eine zweite Elf aussehen könnte, sprich die Kaderbreite beobachtet, dann gibt es noch zwei, drei Baustellen im Kader, meiner Meinung nach. Im Tor auf jeden Fall nicht. Idril Xhaka und Müller sind wunderbare Keeper. Beide könnten sogar die Nummer 1 werden. Hier fehlt vielleicht noch eine neue Nummer 3. Die kann man aber ja auch aus der Jugend hochziehen. Wenn man auf den Außenverteidiger-Positionen keine Abgänge mehr verzeichnet, ist man auch da gut aufgestellt. Rechts mit Akoto und Becker, links mit Meier und Kühn. Innenverteidigung war die Vertragsverlängerung von Kevin Ehlers auf jeden Fall wichtig, um einfach mal einen dritten Verteidiger zu haben. Ein vierter muss hier meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall noch her, möglicherweise, weil ja Ehlers und Kammerknecht auch jung und unerfahren sind, auch ein erfahrener Verteidiger. Im Zentralmittelfeld, habe ich ja schon gesagt, sehe ich stark Kade und Will. Als klare Stammspieler. Auch Batista Meier ist für mich jemand, der gesetzt sein muss von seinen Fähigkeiten her. Dahinter hat man halt mit Weihrauch, vor allen Dingen aber auch mit Hermann. Gute und solide Backups. Vielleicht, wenn es hier eine Option gibt, würde man nochmal einen weiteren Zentralmittelfeldspieler hinzuholen. Das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Auf den Flügeln habe ich jetzt nochmal Szee Scherwakowski als Alternative hingeschrieben. Auch er hat nämlich selbst in Liga 3 sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube auch schon, dass er eine gute Alternative ist. Natürlich gibt es dann auch noch Kulke und Seo, wo ich sehr gespannt bin, wie man mit den beiden jungen Spielern plant. Und auf dem linken Flügel sehen wir auch nochmal ein Fragezeichen, weil auch einfach da nochmal Bedarf herrscht. Markus Anfang setzt unglaublich gerne auf Flügelspieler. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall nochmal einen klassischen hinzuholen. Ob jetzt für die linke Seite oder für die rechte Seite ist das am Ende auch eine Kleinigkeit. Aber eine weitere Ergänzung kann hier auf jeden Fall nicht schaden. Im Sturm ist auf jeden Fall Stand jetzt Kutschke die Nummer 1. Hares, der auf unseren Leid zurückgekehrt, ist die Nummer 2. Ob das gut genug ist, da bin ich mir noch unsicher. Sollte es auch hier eine Option geben, ähnlich wie im zentralen Mittelfeld, die nochmal wirklich passt, dann würde ich auch da nochmal was machen. Dann wären wir nochmal bei 4 Neuzugängen. Innenverteidiger, Flügelspieler, auf jeden Fall Stürmer und Achter, Sechser, wenn es halt irgendwie Sinn ergibt und wirklich passend ist. Und das heißt, es wird nochmal ein paar Veränderungen geben. Aber die Substanz, die man hat, die Achse, die man braucht, die ist auf jeden Fall schon da. Und das kann großer Vorteil sein im Kampf um den Aufstieg. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich Dynamo Dresden in Liga 3 entwickeln kann. Denn auf jeden Fall ist da einiges drin, um den Wiederaufstieg zu schaffen. Und jetzt interessiert mich noch eure Meinung dazu. Wie würdet ihr Stand jetzt Dynamo Dresden aufstellen? Wo müssen noch Transfers getätigt werden? Und dann könnt ihr euch nochmal gerne weitere Teams für dieses Format vorschlagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball! Und bleibt am Ball! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017